Wir kommentieren dieses Spiel für Sie, Frank Buschmann und Manni Bräugmann im Stadion. Gleich geht's los. Zwei Mannschaften, die in etwa eben 40 sind. Ja, da kann man, glaube ich, mal höher sprechen von absoluter Ausgeglichenheit, aber das könnte ja spannend werden. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Radio Havana, Cuba. Havana, Cuba. Well, yes. Presentamos este programa Client and Melody. Pero con sentimientos. Si quieren saber un poco más de qué se trata, quédense unos minutos con nosotros. Zur Pause. So ist das nach dem Spielverlauf längst keine Hochrechnung auf den Endstand. Alles andere als eine Vorentscheidung. Viel zu ausgeglichen. Das wird noch eine richtig spannende Angelegenheit. Zwei, der Endstand. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020